Welcher Deutsche benutzt in den Nullerjahren die berühmten Worte? Halt, Stopp! Jetzt rede ich! Goethe? Nein, das ist ein Kinofilm. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Da wird sich hier nichts dran rütteln, ob du willst und nicht. Wie oft müssen wir Frauentausche noch durchnehmen? Leute, bitte schaut euch das alles auf YouTube noch mal ganz genau an bis zur Klausur. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Danke.